Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal den Grinch Daily YouTuber Official Disc Track, oder besser gesagt, wir hören uns das an. Ja, diesen Song habe ich mir schon angehört, tatsächlich, aber ich wollte es nochmal mit euch anschauen und habe mir gedacht, ja, lass uns aufnehmen, oder lass mich aufnehmen. Ähm, dieser Disc Track hat bis jetzt, oder dieser Song hat bis jetzt 60.000 Aufrufe, was ich nicht fair finde, denn Danerj ist so einer, der hätte es mehr verdient, also hätte mehr verdient, für das, was er macht, für diese Musikvideos, die er dreht. Da steckt schon sehr, sehr vieles dahinter und deswegen würde ich mir schon wünschen, wenn er ein bisschen mehr Aufrufe, Klicks und all das bekommt. Er hat es verdient, aber wir schauen uns mal an. Oh Gott, Alter. Tickel 13, das ist wie Artikel 13. Die in meinem Hintergrund. Boah. Boah. Diese Leute habe ich so, boah. Alter, das ist schon grenzwertig. Wie in den Laden haue ich alles. Ja. Okay. Auf jeden Fall ist ein Disc Track gegen jeden YouTuber, der Daily hochlädt, so wie ich. Ähm. Ja, vielleicht kommt da mal ein Disc Track gegen Danerj. Spaß, Leute. Ich rappe nie. Ich werde nie rappen. Und ich höre nicht mehr Deutschrap. Also, außer vielleicht von YouTuber, aber... Deutschrap höre ich nicht so oft. Ich rufe die Tage, ja, ich such mich, ja, ich such mich wohl. In meinem Eiskalten, Backe guck ich von oben, Bro. In meinem Eiskalten, Backe guck ich von oben, Bro. In meinem Eiskalten, Backe guck ich von oben, Bro. Baby, uh, yeah, yeah, uh, Cheney, uh, daily, crazy, bitches, gone, gringies, dickies, stickies, witchies. Yeah, yeah, yeah. Diese Effekte, die er da reingemacht hat Nice Guck mal hier unten rechts Jetzt Oh Gott Komm Dicke Ach und alles was ich hier sage, dient nur zur Unterhaltung Soll dir jemand verletzen oder beleidigen Dankeschön und abonniert mich, danke Wir stehen kurz vor den 1000 Abonnenten Mal wieder Aber 1000 Abonnenten kommt schon Haut hier alles nochmal rein Und vergesst es nicht mit deinen Fronten zu zahlen Das ist der von Oh Gott Das ist der von Chris Rock Das passt hier Sorry Oh diese Lache Also wenn ihr doch mal den Schluss von diesem Video sehen wollt Könnt ihr es gerne bei ihm anschauen bei Danergy Ist unten verlinkt Das Video so wie auch er selbst Da würde ich sagen Haut rein Hab eine schöne Woche Und peace Oder schöne Ferien Ciao